ja da bin ich auch noch mal ich melde mich auch noch mal kurz wie man schon sehen kann habe ich jetzt mein keller ein bisschen umgeräumt so sieht das jetzt aus ich habe jetzt die hüpfburgen die vorher hier an der wand standen in die mitte geräumt und die kleinen sachen dahin also hier vorne steht jetzt zum beispiel darunter ist der orangen stromverteiler die postkiste dahinden ist stromverteiler die gebläse und da hinten sind die anderen sachen das falk ist 4 x 4 meter das falk ist ein 3,3 meter m hüpfburg 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 fußballtobern zufrieden Florbogen geräumtanzhalte und da sind die anderen sachen jetzt versuche ich nochmal dahinter zu filmen so sieht es dahinter aus hier sind die gebläse noch zwei gebläse und die anderen sachen so sieht das ganze jetzt hier aus dann sind noch die zwei stromverteiler und ja auf jeden fall spare ich jetzt erstmal für das fahrrad habe ich ja gesagt und das mit dem fahrrad für sechseinhalb tausend euro das ziehe ich jetzt auf jeden fall durch okay dann sage ich mal bis die tage